willkommen zu einer weiteren runde wir hatten letztes mal ein plan geschmiedet also marcus hat einen plan ausgeheckt und zwar die wollen jetzt unten an die docks und ersatzteile klauen und wollen sich dabei nicht erwischen lassen ich bin gespannt wie es weiter geht und ob es schaffen klingt auf jeden fall nach einem sehr guten plan die geschichte wird auch sehr interessant weil das wird erst das erste mal so sein dass ein android mit menschen ließ ob die anderen androiden sie so akzeptieren alter so ein düsteres haus sieht aus wie bei es hier muss es sein mal gucken wer uns hier die tür auf macht ich weiß nicht wer sowas sagt ihr seid am falschen ort tut mir leid wir brauchen wirklich hilfe ja komm gib dir mal einen ruck kommt rein wirklich ein antikes massives haus kommt rein nicht so schüchtern boah das uhr ist gemütlich hier luther wärst du so lieb und nimmst du damit bitte mal ihre mäntel ab nur keine angst vor unserem großen freund hier luther ist ebenfalls ein android dem ich half er leistet mir gesellschaft in diesem großen leeren haus malte das war ein ganz schönes tier bitte macht es euch gemütlich wie habt ihr von mir gehört ein android unterwegs er sagte sie helfen verstehe abweich bleiben was ist mit ihr sie ist ein mensch und ihr sucht einen sicheren ort um ein neues leben anzufangen ich höre kanada soll zu dieser jahreszeit sehr schön sein herrliche landschaft sehr viel platz frische luft und keine androiden gesetze toll für einen neuanfang ja das das ist genau das was wir vorhaben natürlich ich helfe euch doch zuerst musst du den sender loswerden sender alle androiden sind mit einem peilsender ausgestattet mit dem man sie orten kann ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher auch krass folgt mir ich habe mir mal gedacht der chip da oben im kopf aber das scheint der bio chip zu sein sie bleibt immer bei mir das haus wird doch schon wieder beobachtet oder hier entlang alles was wir brauchen ist im kenner ich habe mir nach das am ich will die 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 ich ich Ja, ist natürlich mutig, was sie jetzt macht, aber sie hat ja keine andere Wahl. Ich hoffe, was ist denn der Käfig? Bin ich da mal gespannt. Hast du Apparate? Ja, man glaubt, was man glauben will. Oh ne, da hat ihr kleine Recht gehabt, ja? Ihr Apparate seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkauf sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ich vergaß ja das Kind. Sperr sein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Alter, das ist ja ne üble Geschichte. Warum hab ich das denn überhaupt betreten? Der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elit ein Ende machen. Nee, ne? Also, dass die Geschichte so endet. Übel, übel, übel. Es kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Ey, die Kleine tut mir so leid. Die hat jetzt schon so viel durchgemacht. Es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Keinen Schmerz mehr. Du hast keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kyra! Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, hm? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kyra, es ist mit dir passiert! Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Ah, scheiße. Du beißt mich! Dir bringe ich mein Nieren bei, du kleines Miststück. Kyra! Wach auf, Kyra! Wir treffen uns im Wohnzimmer. Malte, und der hilft dir noch, ey. Übel, übel, übel. Finde einen Weg zur Flucht. Oh! Das ist gut. Jo. Ist hier auf jeden Fall irgendwie losreißen können. Ein Kurzschluss zu ursachen. Ja, aber wie? Wenn ich das nicht gleich schaffe, dann habe ich hier ein Problem. Ich kann hier nichts machen, ey. Speicher gelöscht, alter Scheiße. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nur Q drücken. Und, äh... Ja. Dine Slutko trifft Luther im Wohnzimmer. Alter Scheiße, ey. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Ich hoffe, sie kann sich noch dran erinnern. Oh, komm. Ey, der muss dann... Speicher-Reset haben, ey. Muss noch nach Daten zurückbleiben. Helf uns. Er hat ihren Speicher gelöscht. Nein. Das darf nicht passieren. Oh. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gern mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch, wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Ich hoffe, die... Erinnern wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Können die nicht helfen mit Speicherübertragung oder ein bisschen Erinnerungen irgendwie zurückspulen? Triff los im Wohnzimmer. Ich will den aber nicht im Wohnzimmer treffen. Den nicht über die Leiter abhauen. Oh Mann, ey. Warum konnte ich diesen Kurzschluss nicht verursachen? Also... So nicht. Los, komm schon. Dein Speicher. Ja, los, komm. Spul zurück. Das muss doch möglich sein. Ich hab echt keine Lust, dass wir die Kleine verlieren. Mal andere Ansicht wählen hier. Na? Warum geht das nicht? Da war da auch noch mal irgendwas, was wir uns anschauen konnten, ne? Nein. 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 Luthor. Gehen wir hier nochmal rum. Das ist von der Ansicht ja ein bisschen blöd, finde ich, aber... Was ist denn, wenn ich das in den Keller bringe? Ich kann da nicht runter, ey. Das ist nur der Spiegel. Hier war doch auch noch ein Buch, was ich angucken konnte. Spiegel. Nochmal Spiegel. Wir müssten es irgendwie schaffen, da auszubrechen. Und zwar, äh, unseren Willen, wie die anderen Abweichlern. Weil sie ist ja jetzt programmiert und sie muss ja wieder zum Abweichler werden. Der ist aber auch kein richtiges Abendbrot, was er isst. Bring die Kadaver weg. Äh, nach nebenan. Die Scheißschlappe ist einfach abgeraulet. Diese verfluchte Unge hat mich gegen eine verschößt, ein Buchreifer verlebt. Ja, erinnere dich. Hast du mich verstanden? Ja, Slatko. Bring dir die Leiche nach nebenan. Du bist echt übel. Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp zehn Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schaue, was ich mit dir mache. Verstand, Slatko. Ich bringe Ihnen die Kleine in zehn Minuten. Wer ist das Mädchen? Erinnern. Ja. Finde ich denn hier irgendwas, wo ich mich dran erinnern kann? Irgendein Hinweis, oder? Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, also... Müssen wir irgendwie nach unten kommen und uns dann erinnern. Halt, warte mal, da können wir noch was untersuchen. Ah, sehr gut, sehr gut. Mensch, ey, die muss doch die Daten... Also, das ist jetzt, äh, sage ich mal, was... Was mich ganz schön... ...aufregt. Aber warte mal, da war noch eine andere Tür. Wo sie was öffnen konnte. Und zwar... Die war doch noch irgendwie... Genau, hier. Alter, was... Nein, du hast hier nichts verloren. Wenn du keinen Befehl hast, musst du ins Tempare. Oh ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Das ist doch da mit dem... Das ist schon ein Monster, ey. Ja, toll. Ja, vielleicht finde ich hier den Hinweis noch mal, dass hier gesucht wird. Titelseite. Ne, Seite 1. Seite 2. Ja, okay, das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Irgendein Hinweis. Einige Bewohner Detroids wurden heute Morgen von einer wilden Verfolgungsjagd aufgeschreckt. Zahlreichen Zeugen zufolge flohen eine junge Frau und ein kleines Mädchen vor der Polizei. Ah, sehr gut. Das sind die Hinweise, die wir brauchen. Den die Flüchtigen anschließend unter großer Lebensgefahr überquerten. Ob sie diese Akten überreden, ist bisher nicht bekannt. Unbestätigten Bindungen... Super, super geil. Finde Alice. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie in den Keller. Das heißt, Treppe runter. Ich hoffe, das werden wir schaffen. Das muss ja noch im Keller sein, ne? Hoffe ich doch. Ja, das ist der Typ. Ich glaube, da hinten ist sie, ne? Wo hat er denn Alice hingebracht? Guck mal, vielleicht können wir ja irgendwie... Aber machen wir noch sieben Minuten Zeit. Hat der R.C. nicht hier eingesperrt? War das nicht so? Oben war noch ein Lagerraum. Da waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Der Spiegel haben wir schon geguckt. Komm. Vielleicht können wir ja oben den Androiden fragen. Der hat sich ja quasi entschuldigt bei uns. Zum Lagerraum. Da waren wir noch nicht drin. Aber das ist ja Alice auch nicht. So, wir gehen nochmal zum Androiden auf dem Flur. In der Hoffnung, dass der uns hilft. Boah, der stand nur hier rum, ne? Hier ist aber Alice auch nicht, ne? Also unten im Keller war sie nicht. Warte mal, hier ist noch eine Knarre. Können wir die nicht nehmen? Sie ist nicht geladen. Scheiße. Großen Zimmer. Aber ich muss sagen, ich finde das hier gerade sehr spannend. Ich weiß nicht, warum wir Alice nicht finden. Ich bin noch der Meinung, die war unten im Keller und da haben wir sie nicht gefunden. Gucken, wo geht's hier rein? Ach, da ist er, alles klar. Mann, ich hab schon gedacht. Ich war schon am Verzweifeln. Super, super Ende der, also was ist das für Ende, aber super Ausgang. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleine. Sofort, Slaco. Ich bin hier. Ich hoffe, er findet uns nicht. Lothar, was Cerelle machst du? Komm her! Komm her! Sie durchsuchen das Haus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Oh, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Okay, dann können wir... Und jetzt muss man nach unten. Eieieiei, ich hasse ja so eine Szene, weil wenn man dann erwischt wird... Oh man! Jo, hau ab! Ah, komm! Oh man! Ja, komm, hilf hier! Geh mir aus dem Weg! Nein! Nicht diesmal! Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch! Wie kannst du es warten? Was fehlt euch an? Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Du hast hier... Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Meister würde ich das nicht nennen. Auf jeden Fall hat er seine verdiente Strafe bekommen. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleinen. Das wäre schon mal ein Plan, glaube ich. Okay. Ich vertraue dir. Oh, krasse Geschichte, muss ich sagen. Ey, das geht richtig runter. Die ganze Zeit so gefesselt. Mann, 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 Mann. Oh, haha. Da läuft der Bär. Oh, da gibt es auch noch viele Verknüpfungen. Aber ich würde sagen, Freunde, ähm, das war so spannend, ähm, wir beenden das Video hier. Ähm, lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns zur nächsten Runde. Jetzt mache ich aber wirklich erstmal Feierabend. Und, äh, muss erst mal die Emotionen hier sacken lassen. Das ist schon, schon krass, was hier so gerade abgeht in der Geschichte. Sehr, sehr geil. Dann viel Spaß, äh, beim nächsten Teil und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.